meine damen und herren hallo willkommen zu einem ganz schnellen ankündigen zum vierten mal zum vierten mal vierten 1 3 plus 1 ergibt 4 zum vierten mal ja auf jeden fall diese beiden spiele werde ich hatte es vielen also einst von den beiden oder beiden hintereinander erst diesen eins und dann sie sind zwei die beiden bekommen einen play store von android oder ios zu hundertprozentig aber ich glaube ja kostenlos noch oder wieder oder was auch immer ich weiß nur dass es die kostenlos gibt wenn ihr euch die rein ziehen wollte musste das einfach machen und wenn nicht dann seid halt nicht heute dabei daher das ist euch überlassen ich werde so um 10 11 12 mehr um 10 uhr ein jahr 10 und 30 einmal ein klant ist die machen wo ich um 10 uhr um 10 uhr schon gut um 10 uhr gut da wo ich test die ganzen einstellungen und vielleicht spiele ich auch schon mal einen kleinen teil der richtige stream kommt erst heute abend also keine sorge vielleicht spiele ich irgendetwas anderes vielleicht zeige ich mal ein dorf oder zeit meine spiele im stream noch also auf jeden fall das war's haut herein schau mit